So Freunde, das ist jetzt das letzte Video für heute, bevor ich schlafen gehe. Heute geht es um Luana. Luana hat reagiert, hat sich das angesehen, wo Bovan das Statement rausgebracht hat gegen Jamo TV. Luana hat sich das angesehen und ihre Gestiken sowie ihre Art und Weise in diesem Video spricht für sich. Ich habe mir gedacht, viele interessieren sich natürlich wieder, was Luana jetzt in nächster Zeit gemacht hat, was in letzter Zeit gemacht hat, wie sie tickt, was passiert ist und so weiter und so fort. Ich habe jetzt dieses Video gefunden, das passt sehr gut mit dem, was gerade alles passiert. Ich werde euch einfach das Video zeigen, wie Luana darauf reagiert. Bildet euch eure eigene Meinung, Freunde. Es ist krass, dass Luana sich mit einbringt, wieder mit Jamo TV und das Ganze, weil Jamo TV ist ein sehr enger Freund mit Firat. Und ich habe mir gedacht, dass alles ja sozusagen zu Ende war und jetzt ist doch wieder Kontakt da. Man weiß es nicht, Freunde. Ich werde euch, wie gesagt, das Reaktionsvideo von Luana zeigen, wo Luana auf Bovans Video reagiert. Der über Jamo TV redet. Das ist ein kurzes Video, Freunde. Ich weiß, aber ich habe euch versprochen, ich werde euch immer wieder am Laufenden halten und das war es eigentlich mit diesem Video. Wenn euch trotzdem dieses Video gefallen hat, abonniert den Kanal, liked das Video, Freunde. Danke für jeden Support und danke für eure extrem heftige Aktivität. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Mein Nachbar ist rausgekommen und ist ein bisschen zurückgetreten, nicht konstantiv zu machen. Ich habe nicht sieben Freunde oder acht Schwestern, die für mich kämpfen können oder die für mich da sind, wie bei euch. Deswegen, damit die Leute nicht sagen, es ist wegen Klicks und so weiter, deswegen musste ich zur Polizei. Ich habe Anzeige gegen Jamo und Azuchi gemacht, wegen Bedrohung, Hausbedrohung und Körperverletzung. Das Bild, was ich lange habe, habe ich Jamo gezeigt. Er meinte zu mir, weinst du, ich habe blaue Fliege gezeigt. Ich habe echt Angst, ich habe geschrien. Mein Nachbar ist rausgekommen und ist ein bisschen zurückgetreten. Ich konnte die Tür zumachen. Bis zum nächsten Mal.